Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist Sommer, endlich wieder Sommer. Wind in meinen Haaren, nahtlos braun gebrannt. Ja, es ist Sommer, endlich wieder Sommer. An die Küste fahren, barfuß gehen am Strand. Und sind wir an der See, geht's hinein ins kühle Nass. Denn im Sommer haben alle wieder Spaß am Leben. Denn es ist Sommer, endlich wieder Sommer. Wind in meinen Haaren, nahtlos braun gebrannt. Ja, es ist Sommer, endlich wieder Sommer. An die Küste fahren, barfuß gehen am Strand. Denn es ist Sommer, endlich wieder Sommer. Ja, da, 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 da. Denn es ist Sommer, endlich wieder Sommer. Mama, 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 genau. Mary, los. Und damit Sie wissen, wer jetzt was ist, würde ich sagen, meine Herren, Sie nehmen, wenn ich Sie erwähne, den Hut ab. Dann, Karsten. Dann, Marian. Sascha. Und Pöscher. Und Marius. Und jetzt, meine Damen.